Ich mache es mir vielleicht auch ein bisschen zu schwer, das kann sein. Aber irgendwas finde ich da schon sehr eigenartig. So, der ist völlig hinüber. Das heißt, den machen wir mal bitte. Na, hier. So, dann schnappen wir das Ding hier wieder. Gucken, was der hat. Der, den können wir eigentlich dran lassen. Dann schnappen wir uns hier den Zweier. Machen ihn da ran. Machen ihn da ran. Und dann sind wir fertig. So, so. Jetzt versuchen wir das da noch einmal. Warum geht das denn nicht? Ich habe das doch schon mal gemacht. Er geht rein. Muss man vielleicht den ausbauen? Nee, ich kann ja nichts aufbauen. Also, ich halte es jetzt erstmal für einen Back. Ich mache zu. Und das Ding haben wir ja. Ich denke mal, es funktioniert dann, wenn gar nichts mehr geht. Wir schnappen uns die letzte Flasche Wein. Wir bringen es dann. Nein. Oder? Doch. Ah, da hinten hin. Genau. Super. 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 Wir schnappen uns den. Der kostet wieder richtig Kohle, aber egal. Machen den. Voll. Wo stehst denn du? Okay. Okay. Habe ich meinen... Ich könnte wetten, ich habe mein Dings nicht dabei. Und es geht nicht. Okay. Okay. Es ist okay. Ja, es ist okay. Ich habe... Ich will nicht. Also. abbrechen. Da steht meine Weinflasche. Die ich jetzt auch wieder mitnehme. Es ist doch... Es... Ähm... Ja. Wir kommen nicht wirklich weiter. Ich gebe es zu. Vor allen Dingen... Verstehe ich nicht so recht. Ja, was denn überhaupt jetzt... Ähm... Ja. 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 Das ist das, das da ist. Das ist falsch. Ach, Leute, bitte. Und Katze. Nicht nochmal im Weg rennen. Doch. Wir kommen so drauf zu. Also. Da ist es doch. Ja. So. Gehst du mal auf dem Weg? Dankeschön. Der Wein kommt wieder rein. Das Ding kommt zu. Und wir machen das auf der Fahrt. Jetzt muss ich ganz kurz was schauen. Speichern und beenden. Das geht doch. Ich habe doch nicht dort gespeichert, oder? Hallo nochmal. Ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal pennen. Und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. 1b. 1b. Ja, das hatten wir schon. Mhm. Da ist es ja, Türkei. Ja, nein. Ja. Ja, 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 ja. Schlaf. Schlaf. Schlaf, Mecklen. Ja, schlaf. Tag 4. Ist du raus? Ist du wo? Ich will nicht noch mal gestört werden. Ah, okay. Vielleicht kriegen wir trotzdem noch ein bisschen was. Nein. Die Mücke ist eher eklig. Ja, mach ich. Nix. Okay. Hätte ja sein können. Na? Ach, die Katze guckt da, wie ein verzaubertes Reh. So. Danke, danke. So. Okay. Ich probiere es jetzt mal. Hm. Was? Ich habe doch nicht gestohlen. Oh, nee, oder? Was habe ich denn gestohlen? Alter Schwede. Ist das wahr? Ruhe. Ruhe. Oh, Mann. Okay. So. Genau. Super. Weißt du? Dann müssen wir jetzt tatsächlich... Habe ich das Licht ausgemacht? Gott sei Dank. Oh, bitte. Wie? Ich habe doch gar nichts gestohlen. Ah ja. Der klingt total scheiße. Das Problem ist aber, dass vieles nicht funktioniert. Ich hätte ja auch mehr Wein gehabt, ne? Also, mit dem Auto können wir so nicht weiterfahren. Ich nehme jetzt erstmal... Schaffen wir das von hier aus? Was war das? Was war das? Ja, jetzt geht's. Na, egal. Komm. Ja. Ja. Nein. Erstmal schauen, haben die Wagenheber. Das brauche ich. Das brauche ich. Das brauche ich noch nicht. Nein. Dann brauche ich noch das. Und... Und... Das. So, schnell kann's gehen. Ich komme. Ich komme. So. Ne, dann kommen wir hier. So, den haben wir. Dann gucken wir mal, wie viel... Ja, noch drin ist. Es ist... Ah. Naja, gut, aber es war ja auch nicht leicht, ne? Sechs. Okay. Nein, nicht ausbauen. So, der Verbrauch ist im Moment viel zu viel, weil er kaputt ist. Und das machen wir noch weiter voll. Und weg damit. So, weiter geht's. Reparaturmaterial. Leute. Reparaturmaterial. Ich kotze. Ne, 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 ne. Das wird jetzt echt übel. So, das nutzlose Reparaturmaterial. ist jetzt das, was uns fehlt. Oh, Mann. Der ist fast kaputt. Wieso, ja. Oh, oh, und der Motor ist... Ach, deswegen. Das heißt, wir müssen zum Leica-Händler. Und ich lasse ihn am besten hier stehen. Ich brauche... Ich brauche... Ne, ich muss fahren. Nein, ich muss nicht fahren. Der verreckt mir ja. Ich brauche auf jeden Fall einen guten neuen Motor. Oh, boah. Das da ist die Grenze. Okay. Da, da, da. Wie wäre es denn mit ein bisschen Soundtrack so auch für diese Stellen? Ich weiß ja nicht. Also das mit dem Diebstahl, das hat mir jetzt gerade gereicht. Na, naja. Ich glaube, der war da unten, oder? Na? Wir sollen uns ja umschauen. Wopsa, ui. Ui. Da ist er. Alles klar. Wir brauchen auf jeden Fall einen neuen Motor und haben hundert Paar achtzig. Vielleicht kriegen wir sogar einen guten. Weil wir können jetzt ruhig alles raushauen. Aber vielleicht kriegen wir auch gar nichts. Hi. Mhm. Notoren. Warum? Oh, das geht also bis dahin. So, jetzt ist die Frage. Ah, ist schon. Ah, nee. Abbruch. Ich nehme den für den besten für 90. So. Und was war noch kaputt? So richtig kaputt war, glaube ich, der Vergaser. Hm, dann nehmen wir einen besseren. So, jetzt gehen wir raus, gucken, ob es wirklich da liegt. Roter Standardmotor, ein kleines. Okay, der Vergaser kann ein bisschen mehr. Jetzt müssen wir die Treppe hoch. Was mit dem Präparaturmaterial verstehe ich zwar nicht, aber egal, wir ziehen das jetzt durch. Hm, jetzt sind wir fast pleite. Das heißt also, wir müssen dringen. Ja, das ist gut. Aha, Volkssolidarität, genau. Da ist die Potenz. Das heißt also, wir sind da. Okay. Hm, 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 hm. Hm, hm. Der Standardvergaser. Und der Rudevergaser. Dann der Standardmotor. Und. Nein. Nein. Die Roten. So. Jetzt gucken wir doch ganz kurz mal, was wir hier haben. Verkaufswert 2. Okay. Dann tragen wir das schnell noch da rein und verkaufen es. Wir können es ja gebrauchen. Wir sind ja nichts mehr wert. Und, naja, repariert kriegen wir es ja auch nicht. So. Dann schnappen wir uns noch mal unser Portemonnaie. Dann schnappen wir uns mal wenigstens die paar Flocken. Ach Gott, das ist alles so hellgeschneideresk. So, naja, so, okay, 37. Alter Schwede. Das war's, ne? Was ist hier noch kaputt jetzt? Der Luftfilter. Und der Tank. Das ist, das ist nur der Luftfilter, ne? Nee. Aber was ist das? Das Wasser-Ding. Aha. Standards für ein Spule. Aha. Der Luftfilter. Ja klar. Ja klar. Der Luftfilter. Fuck. Aber der Luftfilter ist nicht so. Die Rute. Wir brauchen eine Tankstelle und gute Straße. Sehr schön. Hallo. Ach gut. Okay. Bewölkt, aber okay. Das machen wir auch zu. Wir starten. Das ist doch ein ganz anderes Geräusch. So, wir wissen, dass die... Was ist denn das für ein Klang? Wir haben einen verdammt neuen Motor. Was mache ich denn falsch? Was mache ich denn falsch? Ich bin die ganze Zeit... Ach du Scheiße. Schauen wir mal. Er wird nichts finden. Gut. Ich mache zu. Und weiter geht's. Jawohl. Das war klar. Da waren wir aber noch nicht. Jetzt hoffe ich mal, dass wir nicht... ...alles wieder von vorne machen müssen. Jetzt klingt es auch wieder normal. Ach so. Das klingt deswegen nicht normal, weil wir das Fenster auf hatten. Jetzt bin ich mal gespannt. Vielleicht machen wir heute auch mal ein bisschen länger, weil ich bin eigentlich so weit... Das ist wenigstens mal wetter. Und das ist die schöne Brücke. Wo sind wir jetzt eigentlich? Sind wir in Ungarn? Ja, ich glaube, ne? Ba 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 ba. Ach Gott, das ist alles so dröge. Aber das war es ja wohl auch. Eigentlich nicht wirklich, aber... Upsa. Wir müssen jetzt nur dringend Blut finden, weil das da war ja jetzt wirklich gar nichts mehr. Ja, eine weitere Grenze geschafft. Genau. Wir haben ja auch nichts. Kein Schmugglergut. Außer... ...dem Onkel selbst, habe ich das Gefühl. So, wo ist denn jetzt der Nächste? So. Ach, meine Frau. Ich muss ganz kurz mal gucken, weil die schreibt jetzt schon zu wiederholten Male. Moment. So. Entschuldigung. Völlig uninteressant. So. Entschuldigung. Ja. Ja. Ja, ich weiß. Ich will nicht schmuggeln. Aber ich will Loot aufsammeln. Mit Tänje. Ja. Ja, ich weiß. So. Ich bin jetzt echt mal gespannt. Das Spiel hat noch viel zu bieten. Aber es ist, da ich schlechter Autofahrer bin und irgendwie immer noch nicht so richtig durchblicke. Oh, oh. Was ist das? Was ist das? Ein großer Fluss und Blut. Hallo, Fluss. Textilien. Warum nicht? Alter. Alter. Textilien. Vomal. Sehr schön. Ach Leute. Komm. Das ist jetzt gut. Ja. Das ist jetzt gut. Ach Gott, ja, okay, und weiter, bisschen Textilien und los geht's, derweil, okay, 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 so, und, ich hab doch noch ein Abischlein, so, okay, 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 ja, das gute Wetter ist noch nicht schlecht, und, die Straßen, ja, ich glaub, wenn wir geschickt lenken, ist auch das okay, vielleicht kommt nochmal Loot, oder wir schaffen es noch ins nächste Hotel, aber nicht mehr in der Aufnahme, gut, das haben wir schon, ja, so, hm, ich glaub, das war gut, aha, gut, ziemlich schlecht und wirklich schlecht, schon klar, ich weiß, gut, also keine Schlaglöcher, ziemlich schlecht, es gibt ein paar Schlaglöcher und ziemlich schlecht, ich krieg über davon, ja, boah, ich will das nicht, Hilfe, ja, ich brauch Loot, ich brauch dringend am besten Medikamente, weil dieser Diebstahl, der hat uns jetzt echt einiges gekostet, ne, haben wir doch gar nichts geklaut, so, Aufnahme, stopp.